mein name ist isaac clark und ich komme aus der zukunft ich bin in weltall und das heißt wohl ich habe ausnahmsweise meine gute zeit oh man du du bist fed du bist du bist fed wenn du größer bist dann wirst du sehr stark sein weltall das große nicht wisst ihr was das ist gar nicht zu übel ja 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 ja